Afrika. Auf keinem anderen Kontinent spielen die Elemente Feuer, Wasser und Luft so eine große Rolle. Sie bringen Leben, aber auch Zerstörung. Die Einwohner Afrikas haben gelernt, mit den Elementen zu leben und sich ihrer nützlich zu machen. Nur eine Sache bleibt den Afrikanern ein Hetzel. Die kalten weißen Flotten, die sie nur aus Erzählungen der Ältesten kennen. Sie sind ihnen hier in Afrika bis jetzt noch nie zu Gesicht gekommen. Keiner weiß, ob es sie wirklich gibt. Vielleicht können die Rufe der Ureinwohner den Mittopf zum Leben erwecken. Die Aye ist sie nicht inстаточно! Dass Leid neden Dasresser ist sie. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag 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 des ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.